Servus meine Farbe von Boys & Girls. Bin ein bisschen erkältet, sorry. Und ich wollte mich entschuldigen, dass es in der letzten Zeit nicht, oder ja, dass in der letzten Zeit keine neuen Vlogs erschienen sind. Ich hatte einfach zu viel zu tun. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ging es mir, ja, körperlich nicht sehr gut, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt kommen wieder Vlogs und Vlogs natürlich. Zumindest versuche ich das. Also gut, das Thema, was ich heute ansprechen möchte, ist folgendes. Wir haben jetzt 19 Uhr, die Tage werden heller und es ist immer noch 20 Grad oder so. Ne, 20 Grad ist es nicht, aber 17, schätze ich jetzt mal, sowas. Und es ist angenehm, finde ich. Man kann, wie man hier bei der Zinger mit T-Shirt rausgehen, das ist nicht sehr, ne, nicht sehr unangenehm, weil, gut, der Wind ist bisschen kalt, aber ansonsten, das Wetter ist relativ, ja, zügig und der erste Frühling ist zu früh gekommen und es ist schön angenehm hier. Ja, und, ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Das heißt, wir haben eine, wir hatten jetzt zwei Wochen lang, wegen Ostern hatten wir jetzt zwei Wochen lang, eine kurze Woche vor uns und jetzt kommt wieder eine, eine etwas längere Woche, sagen wir es mal so, mit, mit normaligen fünf Tagen, ja, ist jetzt, ist halt so, mei, kann man nichts machen. Was ich da noch ansprechen möchte, ist, ähm, dass, weil jetzt das Frühling kommt und braucht bald der Sommer, hoffe ich, dass ich dann, ähm, in der nächsten Zeit auch Vlogs und Vlogs poste von, ähm, vom Sommer halt eben. Wie es sich gibt, versteht ihr, Leute? Wie es sich gibt, so mache ich das. Yo, ähm, Leute, das war das Kurzvideo von mir, Brasilius. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn es gefallen hat, like das doch, mit einem Daumen nach oben, geh gleich mal wieder in die andere Richtung. Also gut, dann, bis aufs nächste Mal, was auch immer ich mache, bis dahin, tschüss.